Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. So, wir machen heute ein bisschen Nebenquests, würde ich sagen. Und zwar fangen wir an mit das Dilemma der Bäckerin. So, wir müssen den Koster, also den Verkoster sozusagen, von ihr retten. Und der wird im Südosten des Marktes gefangen gehalten. Schauen wir doch mal, ob wir den finden. Ich weiß nicht, sie durchs Wasser rennen die ganze Zeit, oder was? Bäh. So, 60 Meter noch. Achso, da waren wir da festgehalten. Okay, haben wir noch. So, ist es fertig bei einer Mauer drin? Okay, dann zippen. Schauen wir doch mal, ob wir hier einfach durchkommen. Halt es dich! Halt es den Gegner! Ihr Arme hat den Verstand verloren! Oh. 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 Können wir den jetzt hier nicht gleich aufs Pferd rauftun? Täter, die Bäckerin, bat mich dich zu holen. Äh. Meine schöne Täter. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch. Nein, ich sag jetzt ihr, dass ich hier nicht rauskomme. Nein, ich sage nicht so, Junge. Wo? Ich sag, wir müssen jetzt hier nicht hoch. Aber dass du hier nie rauskommst! Oh. 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 Na, mach doch! Machst du den? Bäh! Herr Him! Herr Him! Täter! Du hast meinen Kosta dabei! Ja. Ich will natürlich den blühen Konflikt beenden. Hey, was? Hey, Täter! Hey, Herr, esslige Sieb! Pantarman, du! So, ist jetzt hier Ruhe oder nicht? Ja, denn... Ich will das Pferd hier rausparken. So, jetzt komm her! Geh doch! Dieser Mann will dir etwas sagen. Nun? Täter! Ich liebe dich! Was? Und ich weise meinen Plan zur Vergiftung von Taimhotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was? Was? Die Ede Taimhotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit fünf Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind Sie schon im Tempel? Ich, äh... Ich weiß nicht. Sonst sind Sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Nein, ich muss nachdenken. Schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, dass Sie noch in der Garnison sind. Ich weiß nicht, dass Sie noch in der Garnison sind. Dann schauen wir mal. Die wollen gleich mal hier hoch. Die werden wahrscheinlich wieder Sperrgebiet sein oder sowas. Du da! Ach. Was? Stirb, du Sau! Ach, Mist! Mist! Okay. Okay. Wo ist denn der blöde Boss? Kann man die blöden Fässer? Kann ich die nicht mit dem Bogen zerstören? Würde natürlich alles ein bisschen erleichtern. Ah, okay, kann ich sogar. Nein, den treffe ich hier nicht. Okay, lassen wir den mal. Obwohl, ich muss ihn eigentlich killen, gell? Okay. Einen haben wir schon. Du hättest nicht herkommen sollen. Du auch nicht. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Ich bleib dich um. Mach doch mal, mach mal. Das war das denn. Hey. Das Ding ist wirklich extrem stark, diese Axt. So gefällt mir das. Was? Okay, da ist ein Löwe drin. Okay, ein Schatzhammer. Den Löwen würde ich gerne noch gleich killen. Alles klar, den hätten wir auch. Hey, was? Hey, liegt da! Stör, du Sau! Das ist ein Schatzhammer. Reiß mir die Einschweite aus! Oh, der war nicht gut. Dit war nicht so gut. Okay, den muss ich anders machen. Mal schauen, dass ich die Kommandanten irgendwie... ...attentaten kann. Oh, nie, oder? Jetzt muss ich es nochmal machen. Okay. Okay, warum ist noch ein Schatz eigentlich? Ich breng dich um! Was? Na, könnte man. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Okay. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Du kannst nicht fliehen! Hier kommt keiner! Ich hab dich! Hey, da bist du ja! Frisch das, du Ratte! So wirst du mir nicht entkommen! 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 Soisa ist es, das мерz ich mich total Und dabei dreht es nämlich, muß Und dabei sind tatsächlich Okay, dann lassen wir jetzt lieber mal So Quests Hab ich das abgeschlossen, was? Okay, dann machen wir doch gleich hier Mal, dass der hier nicht rauskommt Weil sonst bin ich platt wahrscheinlich Aber es sieht nicht so aus Wo war das hier? Stopp Was ist das? Okay Hey, was? Stimmt endlich Was ist das hier für ein Ding? Da bist du ja Ein paar so unterirdische Gänge unter der Stadt anscheinend irgendwie Okay, hier geht's hoch Naja, da wollen wir nicht hoch Verstorbene Vergebt mir die Störung eurer Ruhe Bitte gewährt mir Einlass Krass Okay, was ist hier? Was ist das hier? Das kann ja nicht alles sein hier, oder? Aha Gibt's hier was Schönes? Gehen wir mal durch den Riss durch Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, nur zufällig gesehen Cool gemacht So eine Art Gruft oder so Ah, jetzt bin ich wieder hier, oder? Hä? Jetzt bin ich hier Das ist ja der gleiche Weg, oder? Okay, schauen, vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen Aber hier gibt's auch nichts, oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben Wenn ihr wisst, was das hier auf sich hat Muss ich hier vielleicht irgendein Rätsel lösen? Okay Hier geht's bloß wieder zurück Äh, was ist hier? Hier muss es doch irgendwas geben, oder? Jetzt scheint nicht Okay Anscheinend nicht Können wir den nicht mehr durch, oder? Nee, da komme ich nicht mehr durch Oh, ich bin einfach zu blöd Ist er hier? Hier ist auch nichts, oder? Nein Hier ist auch nichts Verstorbene Vergebt mir die Störung eurer Ruhe Bitte gewährt mir Einlass Verstorbene Vergebt mir die Störung eurer Ruhe Bitte gewährt mir Einlass Jetzt warte mal Wenn ich jetzt hier die Fackel ausmache Gibt's dann vielleicht irgendwie was? Dass es dunkel sein muss, oder so Man weiß ja nie Kann ich die zerdeppern? Kann ich nicht zerdeppern? Ich bin, dass da schön sein kann Also ich weiß nicht, was ich machen soll, aber okay. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Was haben wir denn da schönes bekommen? Knochenbrecher, langsam, sehr stark. Ja, sowas mag ich eigentlich nicht. So eine langsam Waffen. Okay, dann gehen wir wieder hier raus. Aber warte mal, da war doch vorher, ging's doch nochmal ein Stockwerk runter. Wenn ich mich nicht irre. Warte mal, hier sind wir gekommen. Hier sind wir gekommen. Ne, hier war das mit der Küste. Wollen wir schauen, wo war das denn? Hier oben, genau. Genau, und hier ging's doch runter, oder? Weil ich mich da getäuscht. Hier geht's auf jeden Fall durch. Warte mal, da waren wir hier schon. Ja genau, von dort sind wir gekommen. Aber hier ist nix. Hier ist nix. Okay, dann gehen wir hier weiter. Na, geh durch. Okay, da wird's rausgehen. Da will ich aber noch nicht... Ah, was ist hier? Okay, so eine Art Gebiet, oder sowas. Okay, hier geht's doch raus, auf jeden Fall. Da gehen wir nochmal rein. Genau, hier sind nämlich auch noch Gänge. Okay, hier geht's auch runter. Komplettes Höhlensystem hier, cool. Okay, hier geht's auch raus. Genau, dann war hier noch was. Aber ich denke mal, hier wird's auch rausgehen. So was gefällt mir ja, so ein bisschen erkunden und sowas. Den mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich komme immer näher auf den komischen Typen dazu. Okay, hier wird's rausgehen, oder? Oder auch nicht. Heftig. Da wird's auch noch rübergehen. Mein Gott, wie groß ist denn das hier? Wow! Alter! Oh, ich krieg'n Herzinfarkt! Mein Gott, ich hab' ich überhaupt nicht gesehen. Die ist aber auch fies gewesen. Das ist jetzt alles hier gewesen, oder was? Okay. Also ein bisschen mager. Wenn das jetzt wirklich alles war. Okay. Ja, dann müssen wir da rüber. Aber hier geht's jetzt auch nicht mehr weiter, oder? Doch, weil hier geht's hoch. Ach, da muss ich auch passieren, wenn ich irgendwelche... Ach, da muss ich auch passieren, wenn ich irgendwelche... Okay, hier sind ein paar mehr... Was? Was? Warte, was? Was? Warte, was? Okay Gut, jetzt würde ich sagen machen wir aber einen Cut und schauen uns in den nächsten Fall an Aha wie es denn hier in der Höhle weitergeht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir doch ein Like, Kommentar oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao.